Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Mehr als 50.000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen plötzlichen Herzstillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur dank des beherzten Eingreifens von ErsthelferInnen haben die Betroffenen eine Chance zu überleben. Mit dem Asklepios-Lebensretterpreis zeichnen die Asklepios-Kliniken Hamburg in diesem Jahr zum zehnten Mal einige dieser HeldInnen, die beherzt reagiert und geholfen haben aus und danken ihnen für ihren selbstlosen Einsatz. Heute befrage ich die Profiboxerin und amtierende Boxweltmeisterin Dilla Kisekjol. Ahoi Dilla. Hallo Lars. Liebe Dilla, am Samstag ist dein finaler Kampf. Also es geht nicht nur um die Titelverteidigung, sondern es geht auch darum, dass du den letzten Kampf deiner Profikarriere machen wirst. Wie sehr genießt du denn jetzt die Tage bis dahin? Genau, also am Samstag ist es endlich soweit. Zwölf Wochen Vorbereitungen liegen jetzt hinter mir und das ist natürlich auch nochmal für mich jetzt ein besonderes Erlebnis. Ja, ich hoffe, ich werde meinen Titel nochmal verteidigen können und besonders, weil es ja auch mein letzter Kampf ist. Und ja, ich bin gespannt, ich bin aufgeregt, aber ich freue mich natürlich auch auf die Stimmung in der Halle und will jetzt eigentlich nur noch, dass es losgeht. Mit etwas aufzuhören ist ja auch immer eine sehr reife Entscheidung. Also wie bist du darauf gekommen? Wie viele Leute haben dich da beraten? Und vor allen Dingen, wann stand das für dich fest? Also ja, es war schon eine sehr, sehr schwierige Entscheidung und ich glaube, Veränderungen sind immer etwas auch mit Angst verbunden oder ja, mit Aufregung verbunden. Und ich habe mir schon im Mai, ehrlich gesagt, immer wieder Gedanken gemacht und überlegt, ja, wie lange will ich eigentlich noch boxen, weil ich merke eben, dass das aktive Boxen schon sehr, sehr anstrengend ist bei der ganzen Vorbereitung, bei dem Ganzen, was man nebenan eben noch als Frau auch im Boxsport leisten muss. Ja, und dann habe ich mit einigen Menschen gesprochen, die mir auch sehr, sehr nahe liegen. Und es ist einfach mein Gefühl, dass mich bisher immer sehr gut in meinem Leben geführt hat, dass jetzt eben auch der richtige Zeitpunkt ist, um eben die aktive Karriere zu beenden. Wann hast du das letzte Mal eine Pizza oder einen Auflauf gegessen? Das habe ich tatsächlich nach dem Kampf im März, am 16. März hatte ich ja die letzte Verteidigung und da habe ich, wie gesagt, ein paar Wochen auch mal Pizza gegessen, Chips gegessen, Süßigkeiten gegessen. Aber jetzt ist, wie gesagt, ja nochmal ein letztes Mal Gewicht machen angesagt, ein letztes Mal die harte Vorbereitung. Ist die Anspannung diesmal größer, weil du weißt, du kannst da nichts mehr umkehren? Also es sei denn, viele Boxer sind ja nochmal zurückgekommen, es sei denn, du kommst dann auch nochmal zurück. Aber eigentlich soll es ja der letzte Kampf sein. Ist die Anspannung da noch größer? Ja, die Anspannung ist nicht unbedingt, ja, ich würde schon sagen etwas größer, weil man ja auch gewissen Druck einfach hat. Man weiß jetzt, okay, das findet in meiner Wahlheimat in Hamburg statt. Es werden viele Leute da sein, die Erwartungen sind sehr groß. Aber ich freue mich auch einfach eben auf die neuen Möglichkeiten, dann nach der aktiven Karriere und ja, Anspannung ist auf jeden Fall da. Wie sehen die letzten Tage aus vor so einem Kampf? Kannst du noch gut schlafen? Ja, doch schlafen kann man auf jeden Fall. Ich denke aber dann, dass es jetzt die Nacht vor dem Kampf nochmal etwas schwieriger sein wird. Aber ja, die letzten Tage waren eigentlich so, dass man jetzt nochmal geguckt hat, dass das Gewicht passt, dass man nicht mehr so viel macht. Morgen findet dann nochmal die Waage statt. Ja, und dann ist auch nur noch Fokus angesagt für Samstag. Was ist denn das beste Mittel, um abzunehmen? Sport und die richtige Ernährung. Was ist die richtige Ernährung? Also viele kleine Mahlzeiten, drei größere. Man spricht ja auch immer vom Boxerfrühstück, also dass man frühstücken soll wie ein Boxer, also richtig viel. Machst du das tatsächlich? Wie frühstückt ein Boxer? Keine Ahnung, mit Kartoffeln und Ei und Speck und so weiter. Nur meine Schwergewichtskollegen, die machen das tatsächlich, dass sie wie Boxer, glaube ich, frühstücken, weil die ja auch, die haben ja keine Gewichtsgrenze sozusagen. Nee, ich gucke schon, dass ich dreimal am Tag esse, sprich morgens mit 50 Gramm Haferflockenbeginn, Obst, ja, dann viel Gemüse, viel Eiweiß. Wie viele Gedanken machst du dir jetzt schon über das Danach? Also gibt es eine Party auf jeden Fall, egal ob Gewinnen oder Verlieren oder denkst du wirklich nur an den Sieg oder wie läuft sowas? Ja, bisher denke ich nur, ja, also denke ich hauptsächlich an den Sieg, weil ich ja auch unbedingt gewinnen will. Dafür habe ich halt auch sehr, sehr hart trainiert, aber es ist halt auch Boxen und da muss man sich auf alles einstellen. Ja, und wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle, ich habe ja an dem Abend noch eine Preisverleihung von der Hertie Stiftung. Ja, es sind viele Gäste da, Familie, viele auch prominente Leute, die mich eben unterstützen. Und ja, ich mache mir schon Gedanken über die Party danach, aber Sonntag ist dann auch schon wieder volles Programm bis Donnerstag und dann bin ich Donnerstag auch endlich im wohlverdienten Urlaub. Und dann geht es wohin? In die Sonne oder einfach nur Ruhe? Was ist deine Priorität? In die Sonne, einfach nur Ruhe und nach Mallorca. Okay, dann hörst du auf, zumindest mit Boxen. Was geht denn dann weiter so? Willst du dem Sport irgendwie verbunden bleiben? Wirst du Boxtrainerin oder gehst du ins Management? Nee, da bin ich ehrlich gesagt noch recht flexibel. Ich habe so ein paar Ideen, aber ich wurde ja bisher auch immer super geführt und es haben sich immer viele neue Möglichkeiten ergeben. Und ich habe ja nach wie vor mein eigenes Projekt, das ich gerne auch weiterhin anbieten möchte. Und da gucke ich, ja, ich glaube ganz spontan, wie es mir eben auch passt. Ich würde mir wünschen, als Speakerin ein Unternehmen tätig zu sein, Workshops anzubieten, eben nach wie vor auch dem Boxsport oder halt Botschafterin für den Boxsport zu sein. Und das ja vorerst in Hamburg. Aber ich bin mir sicher, dass sich da noch einiges ergeben wird. An dem Abend werden ja noch andere Boxkämpfe stattfinden. Da hast du aber gar keinen Blick für, oder? Rechnest du damit, dass du dir, du boxt ja ungefähr gegen 20 Uhr, dass du dir um 21.30 Uhr noch einen Boxkampf anguckst? Ja, ich weiß ja natürlich nicht, was danach los ist. Aber ich denke schon, dass ich mir auch den einen oder anderen Kampf auf jeden Fall angucken werde. Wobei es ja auch sein kann, je nachdem wie der Kampf läuft, dass danach auch sehr, sehr viel los sein wird. Da muss man ja auch erstmal alles verarbeiten. Und das wird schon ein aufregender Abend. Es hat ja in Hamburg schon lange kein großes Boxevent mehr stattgefunden. Wie willst du das den Leuten denn schmackhaft machen? Also was sollte man wissen, um zu sagen, alles klar, Samstagabend, ich gehe nicht in den Club oder in eine Kneipe, sondern in die Alsterdorfer Sporthalle? Ja, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Event. Also viel Animation auch, tolle Boxkämpfe auf sehr, sehr hohem Niveau. Und ja, ich denke, ja, Boxen will sich zumindest jeder mal anschauen. Und wenn man jetzt wirklich nach einer guten Veranstaltung sucht, mit guten Kämpfen, ist das genau die richtige Veranstaltung. Dein Leben geht dann weiter. Am Montag ist der Anne-Marie-Dose-Preis. Du hast den im letzten Jahr gewonnen und warst dieses Jahr dann entsprechend in der Jury. Wir können nicht über die Gewinnerinnen oder Gewinner sprechen, die sind noch geheim. Aber was hat denn dieser Preis mit dir persönlich gemacht? War das auch so ein besonderer Wendepunkt, wie beispielsweise der Boxweltmeistertitel? Oder war das einfach nur schön, diesem Preis entgegenzunehmen? Nee, der Preis war für mich auf jeden Fall eine tolle Wertschätzung. Und ich habe eben danach auch gemerkt, dass ich nochmal eine andere Plattform erhalten habe. Auch vor allem, was die Arbeit oder die Aufmerksamkeit bezüglich meiner Arbeit in Hamburg anbelangt. Und da finde ich das auch super wichtig, dass Engagement nach wie vor gewürdigt wird und auch wertgeschätzt wird. Und ich wusste eben nicht, als ich mich damals dann auch dafür entschieden habe, in der Jury mit aktiv zu sein, dass das genau zwei Tage nach meinem Kampf ist. Aber ich freue mich natürlich auch auf die Preisverleihung. So, dann wird also doppelt gefeiert in den nächsten Tagen und dann ist erstmal Ruhe. Und nimmst du dir dann die Zeit, dir zu überlegen, was du machst? Oder wie lässt du das auf dich zukommen? Oder wartest du einfach darauf, dass ganz viele Angebote kommen? Wie plant man so ein Leben nach dem Sport, nach dem Profisport? Ja, es ist ja tatsächlich zum ersten Mal für mich, dass ich jetzt mal etwas anders planen muss. Oder dass ich eben nach 16 Jahren aktivem Boxsport eben sage, ich hänge die Boxhandschuhe an den Nagel. Und ich bin halt gespannt, weil ich das bisher noch gar nicht kenne. Also egal was war, der Boxsport war immer da. Und jetzt ist natürlich, ist das schon eine kleine Herausforderung. Man ist natürlich nervös, etwas gespannt auch, wie sich alles entwickelt. Und ich mache mir natürlich meine Gedanken. Also ich würde ja auch gerne die Parkinson-Geschichte, also sprich Parkinson-Boxen etwas nochmal erweitern. Beispielsweise als Referenten tätig sein. Dann auch nochmal die Speaker-Tätigkeit oder halt auch Workshops für Führungskräfte anzubieten. Und ja, das werden wir alles sehen. Also ich bin da aber auch schon jetzt in Gesprächen, wobei ich jetzt gesagt habe, dass die weiteren Gespräche dann alle nach dem Kampf laufen werden. Und dann bin ich gespannt. Du bist ja ein großer Familienmensch, bist Drilling, also Teil von einem Geschwister-Trio sozusagen. Sind die alle dabei? Kommen die alle? Ja, die sind alle dabei. Die kommen alle und sind, denke ich, genauso aufgeregt. Also halb Leverkusen ist leer, da wo du herkommst. Ja, also leider ist es so, dass mein alter Boxverein eben, die haben auch am 21.09. eine Veranstaltung. Und ja, sehr, sehr viele sind eben traurig, weil die sagen, oh Dilla, wir wären gerne bei deinem letzten Kampf nochmal mit dabei. Wobei da jetzt schon die Überlegung oder die Frage kam, willst du nicht nochmal einen Abschiedskampf in Leverkusen machen? Aber ich bin immer ein großer Fan davon, wenn man was sagt, dass man sich auch daran halten sollte. Das ist ganz fantastisch. Wir halten uns jetzt an die Regel, dass jetzt die Nice Ja, ich bin immer ein Fan von dem Guten zu sprechen. Ja, und ich finde es sehr, sehr gut, dass Hamburg aktuell viele verschiedene Veranstaltungen, Sportveranstaltungen vor allem, anbietet. Hamburg Active City ist da ja sehr, sehr engagiert und bietet uns sozusagen auch jedes Wochenende eine neue Sportveranstaltung. Und es passt ja eben zur Olympia, zur Paralympics auch. Und ich finde es schön, dass eben auch Athleten aus Hamburg eben Medaillen gewinnen, aber dass denen eben auch eine Wertschätzung entgegengebracht wird. Liebe Dilla, ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen letzten Kampf. Möge er schnell beendet sein und du diejenige sein, die dann noch steht. Und ich wünsche dir vor allen Dingen natürlich auch ganz viel Glück und Erfolg in der Karriere nach der Profikarriere. Ich werde auf jeden Fall da sein. Viele andere auch in der Alsterdorfer Sporthalle am 21.09. und ich sage Ahoi. Danke, Lars. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.